So Leute, ich bin wieder da mit Let's Play Mario Party 2 mit Serbius Spider-Kill. Ja, es ist immer noch so geblieben, dass ich so ruhig spiel. Ich hoffe, das bleibt doch so. Darf leider nicht mehr so doll ausrasten. Sei denn, das ist mal Feiertag oder sonst was. So, und wir gehen erstmal fleißig zurück zum Spielmodus. Halb so laut wäre auch in Ordnung. Aktuelle Sinderliste ist leer. Ach, wie süß. Hä? Geht denn da nicht weg? Verstehe ich nicht. Hallo. Gut. Okay. Dann wollen wir wohl mal fortsetzen. Wario mit mir echt. Ich glaube, dass wir mit ihnen... Oh. Kann man so... Kann man so akzeptieren. Und ich gehe hier lang. Hier ist es schöner. Weil da kein fetter Stein im Weg ist. Ach ja, und das war jetzt das Item-Spiel. Das eigentlich ist das einfachste von Jens Mario Party 2 mit den Schatztruhen. Wenn man genau hinguckt. Das schwerste ist in der Weltraumzone. Pils. Für den Goldpilz haben. Ich bin der Goldpilz-Chita. Komm schon. Gibt uns auch schwere Spiele hier auf der... Also so schwere Mini... Mini... Ähm... Item-Mini-Games. Aber das kommt wahrscheinlich alles nach und nach. Moment. Ich bin immer noch 1x4. Wird sich leider auch nichts ändern, Leute. Nee, ich hasse wirklich CPU-Spieler, weil... Die sind manchmal so scheiße unfair. Und wenn man die Option hat, warum nutzt man die... Warum nutzt man die nicht dann? Dafür sind sie... Dafür wollen sie ja schaffen. Ja. Kann ich ja mal zeigen, wie ich dazu mache. Also ihr guckt jetzt mal... Ich sage jetzt mal das Gamepad, weil... Im Fernseher sieht ihr das nicht. So muss ich einfach hier. Dann sieht man hier genau... Also wie man das ändern kann. Es ist aber nur auf der N64 verfügbar. Auf der DS oder anderen Konsolen weiß ich das nicht. Ich habe N64 und DS-Spieler. Und eben... Hier Mario vs. Donkey Kong für Gamepad Wands. Oh nee, das Spiel. So wie in der Parodie aus Mario Party 1. Bloß der Mann ist alle auf dem Piraten-Schiff. Und der hat mich mit dem Silbe abbeknuspert. Ja, und hier macht er das mit dem Bogen. Und lässt alle runterfallen. Was sagt ihr? Ist das brutaler oder netter jetzt mit diesen Luftballons? Weiß ich gar nicht. Was würdet ihr darüber halten? Wenn er schon Piraten-Sebel den Seil abschneidet, die er in der Flut endet? Oder wenn ihr voruntergeschmissen werdet? Wollt ihr gerne mal wissen? Ja. Ja. So. Das ist wieder Mario, oder ne? Dass mich jetzt auch genauer am Fernseher ran will. Weil dann brauche ich ja nicht so laut sein. Ja. Habt ihr für Monate lang gekämpft, dass ich das wiederbekommen kann? Und ihr wollt wissen gar nicht, wie ich gekämpft habe. Oder auf welche Art. Weil ich war ja schon traurig, weil ich den kann dann nicht wiederbekommen habe. Jetzt ernsthaft. Ich brauche einfach YouTube. Ich brauche einfach die Leute, die mich da schreiben oder sonst was machen. Das ist ja alles richtig. Vielleicht ist da eben den Verarschen so abgegangen. Das fand ich ja damals cool. Aber ihr wisst ja, die Nachbarn und die Behörden fand es nicht gut. So. Gut. Toad in the Boss. Ach, lass mich raten. Genau das. Wenn man da nicht weiter ist, kann man da übelst lange festsitzen. So ob so um die 10, 12 Minuten oder so. Wenn man nur am Verkacken ist. Das Wichtigste ist, dass man diesen Fritz nicht erwischt. Wird aber pro Block immer schwieriger, also pro Aufstieg. Wenn der Computer erst recht noch schwergestellt ist, dann hast du erst recht verloren. Es soll auch in irgendeiner Option noch super schwer gehen bei Mario Party 2. Aber das weiß ich nicht mehr. Jetzt hat man schon ziemlich schwer, das wird. Jetzt hat man die falschen Dinger. Die anderen machen ja auch nichts. Die Schilden einfach. Tschüss. Marius und wieder platt. Und schon wieder. Ja, witzig. Sehr witzig. Ja. Ich krieg tausendmal Bowser. Und jetzt rück ich mal Toad. Und das ist Spreng. Jetzt krieg tausendmal den Typen hier. Ja. Alter, ist das bescheuert. Und wieder Bowser. Eigentlich heißt er Bowser Junior. Ich weiß nicht, ob er hier auch schon so heißt. Aber auf Ende, aber eigentlich auf dem Deutschen das ist auch nicht der Baby-Boser. Ja. Meine Spieler so gut wie alle. Warum freue ich mich darüber? Ich kann nicht wo auch nicht sagen. So, jetzt ist die Prinzess dran. Prinzi, Prinzi, Prinzi. Ja, 5-Kur-1 auch geniedlich. Alter, sag mal, wollen die Peach absocken oder? Okay, jetzt ist sie auch wieder reicher geworden. Ja, Wario, hast du Fia beknöpft. Luigi. Oh, jetzt hat Koordner 1. Die hätteste Zahl. Man soll ja eigentlich nicht über schlechte Würfe zahlen lästern, weil irgendwann braucht man die. Hab ich immer schon so gesagt. Ich bin zu geizig. Ja, ich will sie gerade schon wieder. Zeig ich sogar Schiss vor euch. Haha. Ich nimm immer den Goldfilz, weiß nicht warum. Ich hab einfach lange Weile. Mit Info zieht den ja bestimmt noch. Ich finde immer Goldfilz geil. Da oben in die Komma trifft. Boah, ich will so einen Duckangriff machen. Geht aber irgendwie nicht. Also Duckangriff und Treten haut hier aber nicht hin. Ich weiß nicht warum. Na, bei Mario 64 haut's hin, ja. Aber hier irgendwie nicht. Wario hat den gehabt. Soll ich wieder unfair sein? Boah, ich weiß nicht, ob ich geht einfach vorab, oder nicht. Ich weiß, es ist nochmal leichte Folter zu machen. Mal ganz leichtes. Ne, wer bleibt oben? Seht, ob alle drei doof sind. Freut ja mehr. Alter, ich wollte gerade mal vermaßlos. Hier bleiben wie alle klebt. Ist das süß. Was sollte ich sonst tun? Auch mal andere brauchen Kohle. Am besten ist, ich gehe jetzt immer auf Safe State. Ist ja nicht, weil ich das letztens gemacht habe. Eigentlich muss man das immer machen, wenn man boser Felder verhindern will. Aber dann habe ich einfach mal verschissen. So, Spieler 2. Ne, Heißer Mario ist da dran. Jetzt werde ich mal das Item versuchen zu kriegen. Nehmen. Ja. Jetzt bin ich der härteste. 6. Oh, ich habe zuerst mir schon denken können. gut. Gut. Oh, muss er auch glächeln. Ach, wie schade. Der Teil fühlt sich da und Kinder geht ruf. auch wieder lustig. So, 2, 2, 1, down. Get downed. So, Luigi, Luigi, du bist dran. Ja, jetzt ist es gar nicht Gefallen, was ich sagen wollte. Typisch. 1, 2, 3, 2, 1, 2, Mario, 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 Mario. Oh, Mario. Mario, Lasst einfach die anderen Trottels explodieren. Komm, schlechter weg Mario, schlechter die Scheiße weg. Schlechter den Schott weg. Ich hab da voll Button Smashing gemacht. Ach du Scheiße. Kann man nicht aufhalten, falls es weiter geht. Wario, du bist dran. Schon wieder, schon wieder. Wann kommt Waluichi dran? Gibt's doch hier eigentlich gar nicht. Der kommt erst deinen Teil später. Mario Party 3. Bei Mario Party 3 gab es geile Kampfarenen. Gibt's doch mal geile daran, ja. Schalte das nicht veröffentlicht haben. Eigentlich finde ich Mario Party 1 auch viel besser. Bei Donkey's Welt, da ihr Donkey's Dingsbums Canyon, wie das da hieß, konnte man immer im Kreis gehen und konnte immer von Cooper Geld kassieren. Fand ich auch immer richtig cool. Jetzt ist es leider nicht mehr so. Es macht so viel Spaß, wenn man weiß, dass dir da keine Münzen klauen kann. Man konnte sogar bei Mario Party 1, wenn man alle Wilden durch hatte, konnte man sogar den Geist abbestellen. Fand ich's so richtig cool. Er hat immer gegen den Computer gezockt. Fand ich mir nicht klauen konnten. Fand ich auch mal wieder stylisch. Ja schon, auf diesen Ausrufezeichen sind wir da gewesen, wo Toad immer das letzte mit dem Stern war. Aber hier ist es auch wieder speziell. Lockerei. Na, das wird mir geiles Spiel. Die Super Princess. Mal Peach verkacken lassen oder gewinnen lassen? Wir lassen ihn mal gewinnen. Hat doch so wenig Kohle. Alle doch geradeaus gucken. Tschüss. 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 Das ist geil. Ich finde das lustig. Heike, es ist so mein Kittel macht, weil das so wenig Kohle hat. Ja. Ja, ich bin auch ein Humana Let's Player. Ich denke auch manchmal andere. Jo. So. Es kommt Wario. Ah, ich bin Thaddeus. Nee, ich bin Mr. Krabs. Ich brauche mein Geld, 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 Geld. Ich bin mal. Wann das jetzt? Ich traue. Ich habe es gesagt. Ich traue dafür nicht. So, jetzt ist Princess. Und beim Aropath die einzelne Donkeys Welt der Rundgang mit Koopa. Das war die einzige Stage, wo auf der Rundgang kein Bowserface war. Geil! Kann ich mitbekommen! Neu schicken! Haha! Ich rede über Bowser-Faces und Peach kriegt erstmal Kohle! Haha! Schön! Haha! Ich finde es lustig! Ihr bestimmt auch! Oder auch nicht! Man kann es nicht sagen, ob es lustig findet oder traurig oder ob er bei den alten Spider-Key-Ärgern tut, kann ich leider nicht sagen. Es redet, als ich von dem Fritz nicht kein Geld aussehebe. Tja, mein Pech! Soll ich Marius Pilz auch schon verschwenden? Ja, warum nicht? Ach, stimmt! Verschwenden wir mal Marius Pilz ebenfalls? Da freut sich das Kind! Acht! Zwei! Zehn! Uh! Zwanzig! Schön! Ich koste ihm jetzt aber zehn Münzen! Hab ja gesagt! Mit Steuer! Ich bin immer noch Mr. Quebs! Ich fühl den Arsch einfach King Eddie! Irgendwie ist nicht warum! Was ist das? Honeybump Howlack! Ach du Scheiße! Das Glücksspiel! Da kackt man ja immer am meisten ab! Hier muss ich jetzt aber extrem Button Smashing machen! Oder soll ich einfach nichts herunterloben lassen! Mal sehen, dass wir kriegen! Es ist ein bisschen Warten gefordert! Zwei! Jetzt geht es immer mit... Ich hoffe, wir können es schaffen, man! Drei Minuten! Zwei! Ein Paarischwiliger! Geht auch nicht! Für nur eins... Jetzt Mario hardcore! Zwei! Ja! Jetzt wechseln wir mal den Player! Wechseln wir mal den Player und lassen manchmal laufen! Tschüss! Luigi, lass mich wieder doof laufen! Ich weiß nicht, wofür der Würfel da ist, will ich jetzt sagen. Ich weiß das wirklich nicht, weil ich Luigi bin. Ich war aber mein 1 hier. Ich krieg Mario zu mir Münzen. Ich bin ja ein böser Junge. Ich bin ein Bad Let's Player. Ich denke an alle anderen außer an Wario. Bin ich ein Wario-Ignorierer? Für uns ist er weiterei, heißt es ein Sattendes. Was nehme ich nun? 1 oder 2? Ich weiß nicht, was kommt. Oh, genau. Tschüss. So, Pages D-O-W-N. Sind wir mal hier in so einem Luigi, dass es ein bisschen schneller geht. Oh, die ganz mutige E. Ich weiß nicht, ob mit dem Laufen schneller ist oder mit dem Abwarten. Das kann ich leider nicht sagen. Mir kann ich leider noch 10. 2. Ah, wer wird erst nicht es gedaunt? Das ist jetzt wohl die große Frage. Oh, Mario, mein kleiner. Plus 2. Soll ich jetzt doof sein? Soll ich Mario die 2 geben? Ist der was? Ich lasse den Zufall entscheiden. Ob er jetzt so weit wird oder überleben tut. Oh, überlebt. Hardcore. Da ist Luigi dran. Was nehme ich denn nun? Teller, Mönch, Luigi. Ich weiß es selber nicht. Oh. Ja. Hey, du darfst nochmal. Oh, du hast vorgedrängelt. Arschgesicht. Hahaha. Vorgedrängelt. Das ist halt gescheuert. Man sagt in die Uhr. Die haben schon 20 Minuten. Alter. Ich muss bald aufhören. Sonst macht der Speicher nicht mehr mit. Es geht da bloß nur Player 1 und Player 4. Jetzt müssen sie mich aber beeilen. Sonst macht der scheiß Speicher nicht mehr mit. 2 oder 1 Mario. Du hast die erst verzeiht. 2 oder 1 Mario. Du hast die erst verzeiht. Bei irgendeinem LP. Ich weiß aber nicht mehr wo. Alter, Wario ist hart. Der weiß genau was abgeht. Jetzt bin ich dran. Oh mein Mann. Der Dreh ist schon wieder vor. Das hat kein Alten mehr da. Aber scheiß drauf. Ha ha ha. Da hat er schon wieder vorgedrängelt, der Vordränglei. so leute das war es erstmal leider wieder sorry es ist wie in den speicher also bis da